Moin Leute, Amos hier und ich bin hier gerade an meinem Lieblingsort und vielleicht könnt ihr erraten, wo ich gerade bin. Ja, es ist ja ziemlich nach dem Tricksgelände gelegen und ich fahre einfach super gerne Fahrrad, weil es einfach mega entspannt ist, gerade so einen Tag nach dem Spiel. Ja, man kann die Natur genießen, man hört es glaube ich so ein bisschen, die Vögel im Hintergrund, das Wasser plätschert, das ist Erholung pur. Also es ist ein sehr, sehr schöner Ort hier. Ja, mein Lieblingsort in Bielefeld sind tatsächlich hier die Stauteicher an der Lutherquelle. Ja, hier bin ich einfach super gerne und ja, perfekt zum Abschalten und zum Entspannen.